Was ist denn das da? Eine Zugbrücke. Wir müssen sie runterlassen. Und wie bitte? Was denn? Hast du vielleicht ne Idee? Die Brücke lässt sich von dem Kontrollraum aus bedienen. Und wie kommen wir da hin? Durch die Mine. Ist aber seit Jahren unbenutzt. Keine Ahnung, wie's drinnen aussieht. Hey, wir beeilen uns ja schon! Jetzt wörtet doch! Hey! Cloud! Hier dann! Könnte der Einfluss des Marcos sein. Er sollte sich etwas ausruhen. Und während Cloud das macht, gehen wir die Brücke runterlassen, ja? Oh. Warum nicht? Wir rufen an, wenn wir fertig sind. Oh, du dich. Bis dahin hier aus. Na dann, abmarsch! Nachts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017